Das Hotel Apart City Nantes Chateau liegt in Nantes in Pays de la Loire. Das Hotel Apart City Nantes Chateau ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die vier Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Zimmer Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020